Vielleicht brauchen wir die Sachen, ja, die wir eben gesammelt haben. Habe ich die Stiche schon mal? Ist es bald mal Feierabend? Ja, habe ich. Ähm, vielleicht brauchen wir die Sachen ja hier irgendwie für. Wir haben Öl, Fett, Kohlenhydrate, Mineralstoffe, Wasser, Eiweiß. Vielleicht mal Fett? Ob das hier wohl eine der fehlenden Zutaten ist? Ob das hier wohl... Ob das hier... Ob das hier... Ob das hier... Hm, okay. Oder auch nicht. Olivenöl? Ob das hier wohl... Oder muss ich da noch mehr mitmachen? Wasserspende. Da ist kein Wasser drin, oder? Äh, irgendwo war doch Wasser drin. Ob das hier wohl... Also ich brauche das definitiv... Muss ich das irgendwas in den Trichter füllen? Also das auf jeden Fall nicht. Das auch nicht. Also ich bin ziemlich sicher, dass hier Sachen irgendwas damit zu tun haben. Oh ja. Okay. Aber aktuell kann ich mir dennoch nichts machen. Gut oder nicht gut. Äh. Ging es hier weiter? Hier ging es nicht weiter. Äh. Kann ich hier hinlaufen? Nee. Okay, irgendwas... Aber irgendwas muss ich dabei machen. Kann ich das hier mit dem... Verschläge einschlagen? Nö? Ein Hindernis nach dem anderen. Hier gab es aber auch keine weitere... Keinen weiteren Weg, oder? Nee. Irgendwas kombinieren. Wenn das hier die Küche ist, bin ich wohl doch in der Hölle gelandet. Wenn das hier die Küche... Wenn das hier die... Hm. Ich bin tatsächlich ziemlich geladen. Aber ich finde bestimmt etwas Besseres, um Dampf abzulassen. Aber das kann ich bisher noch nicht... Aber das hier wohl eine der... Kann ich ihn genau in den Kopf? Kann ich auch nicht drücken. Oder war ich hier noch nicht fertig? Vielleicht den hier benutzt? Ja. Keine Tür dieser Welt vermag es, einen Rufus auf Dauer aufzuhalten. Ah. Okay. Gut, dann können wir jetzt raus. Und sind jetzt da oben. Und können weiter nach da laufen. Mhm. Hey! Hallo! Was soll das Versteckspiel? Oh, ich habe Besuch. Wie schön. Nichts ist hier schön. Na doch. Du lebst wieder. Ist doch fantastisch. Ach, das schon gar nicht. Ich sollte eigentlich tot sein. Jetzt beruhige dich doch erst mal. Möchtest du vielleicht einen Pfefferminztee? Der entspannt und macht einen frischen Atem. Es gibt nichts Besseres, wenn man gerade erst wieder auferstanden ist. Ich habe keinen Bock auf Pfefferminze. Ich will antworten. Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Willkommen in meinem bescheidenen Zuhause. Du wohnst hier? Hübsch. Nicht wahr? Früher einmal war das hier die Anlage, in der der Organon erschaffen wurde. Es handelt sich um eine Klonfabrik. Sieht aber eher wie eine Müllverwertungsanlage aus. Äh. Ist es auch. Man benötigt viel organisches Material, um Menschen zu klonen. Äh. Äh. Willst du damit sagen, dass der finstere Fiskus eigentlich Biomüll ist? An deiner Stelle wäre ich nicht so überheblich, Prototyp-Erb. Was für ein Typ? Selber Prototyp. Ich wollte dich nicht beleidigen, Rufus. Du, du kennst meinen Namen? Hehe. Natürlich kenne ich den. Ich habe ihn dir ja selbst gegeben. Was soll das denn jetzt? Zugegeben. Nicht mein kreativster Name. Du stammst aus einer Reihe von Prototypen, die der Massenproduktion des Organon vorangingen. Nur drei überlebten. Prototyp A, Prototyp C und du. Prototyp R. A und C. Argus und Kletus. Das ist ähnlich wie Rufus. Ähnlich auch. Rufus steht für rotharbig. Ich dachte, ich könnte euch anhand der Haarfarbe unterscheiden. Aber ich habe es nie hinbekommen, dass die Haarfarbe die Pubertät überdauert. Leider war das nicht die einzige Macke. Alle Prototypen hatten Probleme, bevor ich die richtige Mischung fand. Die Klone waren als entbehrliche Arbeitskräfte konzipiert. Ich nahm euch den Respekt vor dem Leben. Leider führte es dazu, dass viele von euch auch keine Angst vor dem Tod hatten. Es gab diverse Unfälle. Aber dann hatte ich ja indirekt recht. Also, sie sind jetzt... Also, ich weiß nicht, ob man sowas als Brüder bezeichnen kann. Aber meine Vermutung war ja, dass die vielleicht eventuell tatsächlich irgendwie Brüder sind oder so. Aber dann hatte ich ja indirekt recht. Ich bin so gut. Das erklärt aber auch, warum die sich so ähnlich sehen. Wer bist du? Mein Name ist Hermes. Ich habe früher diese Klonanlage geleitet. Da musst du ja uralt sein. Technisch gesehen bin ich erst seit zwei Tagen am Leben. Ich klone mich regelmäßig neu. Das hält jung. Aber meine Gene sind alt. Die Abstände werden immer kürzer. Warum stirbst du nicht einfach? Warum sollte ich? Mir geht es super. Du siehst du gar nicht aus. Mein Gott, akzeptier's doch. Deine Zeit ist abgelaufen. Im Gegenteil. Ich bin topfit. Oh. Ähm. Könntest du kurz, äh... Was denn? Achtes Auge? Danke. Wo war ich noch stehen geblieben? Du bist topfit? Ach ja. Genau. Wie ein Turnschuh. Warum lässt du mich nicht sterben? Genau genommen warst du tot. Ich habe deine Überreste geklont. Ja, aber warum? Ich hätte es verdient, tot zu sein. Sei nicht so hart zu dir. An so einem schönen Tag sollte niemand tot sein. Das ist kein schöner Tag. Ich habe alles vermasselt. Oh, kann es sein, dass da jemand einen kleinen Schuldkomplex hat? Hm? Egal, was du getan hast. Komm darüber hinweg. Das Leben geht weiter. Juhu. Das nennst du Leben? Das ist kein Leben. Das ist maximal ein billiger Abklatsch vom Leben. Ein Plagiat. Eine künstlich erzeugte, schlechte Imitation. Oh, hier ist nichts künstlich. All meine Klone sind aus komplett biologischem Anbau. Sagtest du nicht, dass du die Zutaten im Müll gefunden hast? Das heißt, Biomüll. Alles ganz natürlich. Oh, bis auf die Nukleinsäure. Die wird aus radioaktivem Schlamm synthetisiert. Was? Warum? Das ist nicht wahr. Doch. Das ist es. Aber es kann nicht sein. Ui, äh, mehr. Ich bin nicht wie die Organons. Das habe ich auch nicht behauptet. Es stimmt zwar, dass ihr fast identische Gene habt. Dieselbe Respektlosigkeit vor dem Leben. Aber eine Sache ist dir zu eigen, die ihnen fehlt. Sexappeal. Äh, Hoffnung. Ja, und Sexappeal, nicht wahr? Ich bin nicht wie Cletus oder Argus. Natürlich nicht. Cletus hatte eigentlich mal grüne Haare und Argus blaue. Ja, ich hatte jetzt nicht an die Äußerlichkeiten gedacht. Die beiden sind hinterhältig und falsch. Das bin ich nur, wenn niemand zuguckt. Die beiden sind arrogant und selbstgefällig. Ich hingegen bin super. Die beiden sind gemeine Arschlöcher. Und ich bin ein... Wow, komm mal runter, Alter. Ihr seid nicht identisch. Weil du viel mehr bist als nur die Summe deiner Gene. Jede Erfahrung, jede Erinnerung addiert sich zu der Persönlichkeit, die du heute bist. Du meinst, wir waren mal komplett gleich? Aber ich habe dazugelernt? Exakt, Tukowski. Naja, zumindest so ähnlich. Das Gen zum Dazulernen wurde bei dir falsch exprimiert. Aber der Rest stimmt. Warte. Willst du, du meinst, dass Rufus jetzt der Cleverste ist? Weil er als einziger dazugelernt hat und die anderen haben nicht dazugelernt? Oder... Nicht, weil Rufus nicht wirklich dazugelernt hat. Weil es falsch... Äh... Wie hat er gesagt, exprimiert wurde? Ex... Ich habe das Wort irgendwie vergessen. Ja. IQ von 300 oder so, wie auch immer. Wenn ich ein Klon wäre, müsste ich dann nicht wieder ganz jung sein? Eine gute Frage. Siehst du diese Behälter da drüben? In diesen Reifungskammern kann ich den natürlichen Alterungsprozess simulieren. Du kannst deine Klone also bis zu einem beliebigen Alter reifen lassen? Genau. Warum hast du dich dann so alt gemacht? Ähm... Sei nicht so unhöflich. Wenn ich ein Klon bin, ja? Warum habe ich dann immer noch denselben Mantel an? Ernsthaft? Ach, schon wieder die Klamottenfrage? Verdammt nochmal, ich erschaffe Leben. Man sollte denken, dass das im Zentrum der Verwunderlichkeiten steht. Aber nein, immer fragen alle nach den Klamotten. Entschuldigung. Naja, wie heißt es doch so schön? Klamotten machen, Leute? Glaube ich. Von daher. Wenn ich ein Klon bin, warum kann ich mich dann an alles erinnern? Ah, du passt ja auf. Natürlich passe ich auf. Das war in deinem Design eigentlich nicht vorgesehen. Aber na gut. Die Technik dahinter ist eigentlich ganz einfach. Mit einem Ganzkörperscanner wie diesem hier kann ich ein komplettes Speicherabbild eines neuronalen Netzes anfertigen. Beim Reifungsprozess werden in diesen Klonkammern dort mit Hilfe von winzig kleinen Messern die sich neu bildenden Nervenbahnen in die richtige Position getrimmt. Man kann sich das so ähnlich vorstellen wie beim Beschneiden eines Bonsai-Bäumchens. Mit dem Unterschied natürlich, dass das Gehirn viel komplexer ist und die Schnitte innerhalb von Nanosekunden... Entschuldige. Was war das nach nicht vorgesehen? Nicht so wichtig. Okay. Das Leben geht eben nicht weiter. Es war alles umsonst. Deponia ist verloren. Genau wie Goal. Und es ist alles meine Schuld. Warum soll ich dieses scheiß Leben eigentlich noch weitermachen? Weil es noch Hoffnung gibt. Das Leben geht weiter. Das Leben geht weiter. Wie stellst du dir das vor? Willst du mit dem Apparillo da etwa ganz Deponia klonen? Ich zeig dir jetzt mal, was ich von diesem bescheuerten Ding halte. Nein, Rufus. Tu es nicht. Na dann halt mich doch auf. Können wir das einfach drauf einprügeln? Können wir auf ihn einprügeln? Ihr Auge. Lustig. Ich dachte, er tut irgendwas. Tu es nicht! Was passiert, wenn wir einfach so viel einprügeln? Das tut weh! Das tut weh! Sagt der nur noch, dass du weh? Was passiert, ich zeig jetzt nicht seinen Kiefer und sag, das tut weh? Ja, ich glaube. Lass das! Stopp! Wir stürzen gleich ab, nach unten, oder? Nein! So! Jetzt bist du dran! Was hast du getan? Du hast alles kaputt gemacht! Jetzt war alles umsonst! War endlich! Er hat's verstanden! Du hattest mit allem recht! Außer mit einer Sache! Das alles ist meine Schuld! Ich war es, der damals geglaubt hatte, Deponia sei nicht länger bewohnbar! Und ich habe den Evakuierungsplan entworfen! Ich habe Elysium erdacht und den Organon erschaffen! Als es dann so weit war, kamen mir Zweifel! Ich blieb auf Deponia zurück, um nach einer besseren Lösung zu suchen! Ich hatte alle Zeit der Welt und habe trotzdem versagt! Meine Zeit ist abgelaufen! Ich kann nicht wieder gut machen, was ich getan habe! Ich dachte, ich hätte es verdient, mit der Schuld zu leben! Aber selbst das war noch zu optimistisch! Denn wo Leben ist, ist auch Hoffnung! Ich habe nur verdient, mit der Schuld zu sterben! Also, bist du an allem schuldig, ich verstehe! Goppel! Das kam jetzt unerwartet! Ich will... Nebel, Knopf, Fett, Eiweiß... Ah! Ich glaube, wir müssen Goal wieder! Zusammen, Goal! Sie ist immer noch tot! Was hatte ich auch erwartet! Aber irgendwas hatte Hermes doch mit ihr vor! Er wollte sie doch nicht etwa! Ich sollte dringend mal mit ihm reden! Das Spiel ist noch nicht vorbei! Und wenn die Sachen dann auch noch nützlich... Oh, was... Ich kann in das Rohr klettern? Ein Schnabel... Ein Vampir-Schnabel-Tier, okay! Ein... Schnabler-Tier... Ne, ein... Schna... Schla... Schna... Ein... Schnampier! Ich hätte es Schnampier genannt! Jetzt geht das schon wieder los! Aber wir brauchen das fürs Eiweiß! Oh! Oh, da war ein Baby! Habt ihr es gesehen? Na, mein Kleines? Hast du Hunger? Ist ja schon gut! Oh! Vampir-Romantik! Ich Vampir, du Vampir-Schnabel-Tier! Oh Gott, dieses Bild dazu! Okay... Ah... Bis wir das vorher irgendwie aufkriegen? Ne, ne? Magst du Lüge? Na, mein Kleines? Hast du Hunger? Ich... Ich... Hält mich jetzt nicht mit Vampir-Schnabel-Tieren aus? Warte! Du's nicht! Es ist zu spät, Rufus! Du hattest recht! Es gibt keine Hoffnung mehr! Nein! Hat er sich gerade umgebracht? Äh... So ein Scheißdreck! Was mach ich denn jetzt? Er sah so glücklich aus! Als Würfel! Er sieht irgendwie so glücklich aus! Können wir ihn doch retten? Vermutlich nicht, ne? Nee! Oh! Oh! Ah! Hier sitzen... Ein Frühjahr... Brauchen wir mehr, was wir da reinschwerzen können? Aber die gibt's doch nur einmal! Was muss ich jetzt tun? Der Wohnsack hier rein? Das wird dadurch auch nicht leckerer... Aber es gibt ja nicht mehr Menschen, die ich rennen kann. Wohl kann ich schlecht reinwerfen. Was muss ich denn jetzt tun? Oder warte, warte, warte. Ich... 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 Ich bin mal an der Konsole rum. Das habe er noch nicht gemacht. Das kommt nicht in die Tüte! Ich bin einmalig! Einmalig! Mehr oder weniger! Mhm. Oh! Er tanzt! Oder so. Diese Anzeige ist anders. Was die wohl zu bedeuten hat? Aber solange sie grün leuchtet, wird schon alles in Ordnung sein. Der Zettel fehlt auf jeden Fall. Wenn ich diese Anzeigen hier richtig deute, geben sie Auskunft über den Füllstand der Maschine. Dieses Symbol steht wohl für Kohlenhydrate. Das heißt also, es ist genug Eiweiß für einen Klon im Tank. Dieses Symbol steht wohl für Wasser. Das heißt also, es ist genug Wasser für einen Klon im Tank. Dieses Symbol... Das heißt... Okay. Hm. Mhm. Okay. Für eins ist genug, für drei nicht. Ich weiß nicht, wie viele wir brauchen. Aber ich habe gerade eine Idee bekommen, was man noch versuchen kann. Was ich glaube, ich noch nicht probiert habe. Wir könnten vielleicht die Sachen in den Trichter... Ja. Ja. Ich weiß ja nicht recht. Hm. Schwamm drüber. Puh. Das Öl scheint noch als Fett durchzugehen. Böcke habt. Ein bisschen Öl sollte ich mir aufsparen. Es ist eh nicht genug Fett, um Goal wieder zu beleben. Aber nicht, dass ihr der erzählt, dass ich das gesagt habe. Ha ha ha. Na, das wird... Ah oh. Ach, ich wusste doch das mit der Plörre, was nicht stimmt. Außer der Wasseranzeige ist auch die für Mineralstoffe gestiegen. Bah, wurscht. Auf diese Weise habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Hier rüber wird das... Und diese Tafel dort zeigt den Füllstand der einzelnen Komponenten an. Sieht so aus, als müsste ich heute mal nach Rezept kochen. Ja. Äh, Bohnen? Wie heißt es doch so schön? In der Not frisst der Teufel Kakerlaken Eier. Ah ja. Na, was habe ich gesagt? Die Eiweißanzeige ist gestiegen. Und die für Kohlenhydrate gleich mit? Am Ende waren das tatsächlich Kakerlaken Eier. Also, brauche ich... Doch nicht das Schnabbeltier ein? Mehr habe ich nicht. Noch ein bisschen... Ein bisschen Öl ist eh nicht genug. Aber nicht. Wofür brauche ich dann das Öl? Und mehr Zutaten habe ich nicht. Es ist genug Eiweiß für zwei Klone im Tank. Oder brauche ich nur zwei Klone? Wenn ich doch nur wüsste, was der Kerl mit dir vorhatte. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Oder auf was ich das hier stellen muss. Normal? Böse? Weiß ich nicht. Das kommt nicht in die Tüte. Ich bin einmalig. Aber das reicht nicht für drei. Aber warum... Brauch doch nicht drei. Oh nein. Besten Dank. Von diesen Typen gibt es wirklich schon mehr als genug. Mhm. Oh. Ah. So ein Mist. Gehen die sie sich jetzt auch umbringen? Halt! Oh Mensch! Ja. Ja. Ah. Eins. Zwei. Aber jetzt habe ich zwei wieder. Bevor ich mir noch einen Hermes hole, sollte ich erst mal die alten aufbrauchen. Das kommt nicht, bin du. Wer? Oh nein. Von diesen Typen. Was hat mir das jetzt gebracht? Brauche ich jetzt das restliche Öl? Wenn jetzt ja jetzt nichts mehr... Wolle ich das in der falschen Reihenfolge? Ich glaube nicht, dass das Spiel das zulässt, dass wir das in der falschen Reihenfolge machen. Oder dann nicht weiterkommen. Ein bisschen Öl sollte ich mir auf. Es ist eh nicht. Nein, nicht? Kann wir uns da nicht reinschmeißen? Einschmeißen? Ich meine, wir werden ja eh wieder geboren, oder? Gibt das? Wir müssen doch irgendwie hier dran kommen. Oder wir brauchen noch die Schnabeltiereier. Ich bin verwirrt, was ich tut. Ja, für irgendwas ist es ja gut. Ein Vampirschnabeltier. Die Sorte kenne ich ja noch gar nicht. Schön brav sein. Hörst du? Jetzt geht das schon wieder los. Ist ja schon gut. Ich sollte eine Alterskarriere als Ernährungsberater in Betracht ziehen. Na, mein Kleines, hast du Hunger? Pssst. Wirklich viel kann ich, glaube ich, mit dem viel nicht machen. Aber ich weiß nicht, was ich das machen soll. Pah. Was, nein, das würde er auch nicht sagen, oder? Nö. Nee, was ich doch noch an hier, äh, nach hier komme. Oh, wir haben hier mehr Möglichkeiten. Sehe ich gerade. Was können wir denn jetzt machen? Man meint es aber jemand ernst mit den Überstunden. Der Arbeitsantritt liegt so weit zurück, dass die Löcher schon wieder zugewachsen sind. Was? Okay, wir haben jetzt die Stechkarte. Was bringt das? Man meint es aber jemand. Der Arbeit... Na, der Koch hat jedenfalls schon Feierabend. Was bringt das jetzt? Die Stechkarte? Was denn? Immer noch kein Feierabend? Was muss wohl daran liegen, dass die Löcher vom Arbeitsantritt schon wieder zugewachsen sind? Ich kann ja auch nichts machen. Ich bin verwirrt, was ich tun soll. Weiß es nicht. Hier habe ich ganz gut gehofft, ob mein Inventar. Hier gibt es keinen Stechkartenschlitz, aber es gibt einen für Datasetten. Gut, das Stabeltier werde ich damit wohl nicht füttern können. Ich probiere es trotzdem aus. Einmal entwerten, bitte. Ah! Ein Vampir... Oh, das wollte ich nicht. Ah, okay. Ich verstehe. Und jetzt können wir stempeln, oder? Dann kommen wir nach... ... zum Imbiss, oder? Herzlichen Glückwunsch. Sie haben einen neuen Überstundenrekord aufgestellt. Danke, danke. Damit Sie sich immer an diesen schönen Augenblick erinnern können, erhalten Sie eine tolle Gratifikation. Knoblauch. Denn gerade im Alter ist Knoblauch gut fürs Gedächtnis. Und Ihren Überstunden nach zu urteilen, sind Sie jetzt sehr alt. Viel Spaß bei Ihrem verdienten Feierabend. Danke. Dann öffnen wir mal die Türe. Dafür brauchen wir wirklich das Öl, oder? Ja! Wer sagt's denn? Es hat tatsächlich funktioniert. Unfassbar. Kann es sein, dass ich gerade tatsächlich einen Verwendungszweck für Oliven entdeckt habe? Oliven kann man noch essen. Ein Feuerwerk köstlicher Aromen. Altes Frittenfett. Wir haben das einfach so in... Ein... Einfach so in unseren Wettel gesteckt. Zum Glück gibt's bei Salz kein Verfallsdatum. Sonst würde ich ja bei dieser rostroten Farbe ein bisschen skeptisch werden. Ja, sehr skeptisch. Plörofitz? Das war früher mal mein Lieblingsgetränk. Ich habe mich immer gefragt, wie sie es hinbekommen, dass es im Dunkeln leuchtet. Und dass es sogar beim Urinieren noch leuchtet. Ja, ich glaube, das wirst du nicht... Mecfett XXL. Meine Lieblingssorte. Es sind die einzigen, die in Bosos Nasenlöchern stecken bleiben. Okay. Dann gehen wir zurück in die Fabrikhalle und packen das da alles rein. Ich habe recht dick gemacht. Das wird lecker. Richtig lecker. Wie sagt man doch so schön? Aus der Frist, das bist. Irgendwie wird gerade mein Morst gerade nicht. Lerofitz ist eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel. Es gab Monate, da habe ich mich von nichts anderem ernährt. Endlich kommen wir zu den Grundbausteinen des Lebens. Wollen wir es? Fehlt noch irgendwas? Brauchen wir den Knoblauch auch? Also bitte. Ich suche hier nach den Bausteinen des Lebens. Und nicht nach den Zutaten für den Feldsalat. Oder... Ah, brauchen wir den Knoblauch für das Vampirschnabeltier? Weil ich bin mir immer noch sicher, dass wir dieses Ei... Das Ei gibt es da nicht umsonst. Und es gibt auch nicht umsonst der Anzeige für Eiweiß. Und es ist auch nicht umsonst noch die letzte, die uns fehlt. Und das Ei haben wir auch aus irgendeinem Grund noch nicht. Ich sollte eine Alterskarriere als Ernährungsberater in Betracht ziehen. Na, mein Kleines? Hast du Hunger? Wobei... Ach, egal. Friss! Wir brauchen Papiere. Goldig. Schön brav sein. Hörst du? Es sieht zwar drollig aus, aber es hat einen infernalischen Mundgeruch. Dann. 3, 2, 1 und du bist meins. Perfekt. Wir haben jetzt drei... Jetzt geht das schon wieder los. Dann packen wir das mal da rein. Rein, 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 rein. Rein. Und da hätten wir Eiweiß. Zum Glück gibt es keine Anzeige für den Cholesterinspiegel. Tada! So, nun. Ich frage mich, was diese mysteriöse Ansage macht. Aber ich glaube, wir werden es früh genug rausfinden. Ne? Dann. Auf an die Konsole! Das kommt nicht in die Tüte. Ich bin ein Blumen. Aha. Oh nein. Beleisen. Okay. Wir brauchen noch mehr von dem. Dann brauchen wir noch drei von dem. Ja, das ist alles sehr kaputt. Hey, was soll das? Wartet auf mich! Ach, verdammt! Ironie des Schicksals. Er nahm mir den Respekt vor dem Leben. Und ich... ...habe mir den Arsch getreten. Du hast es doch selbst gesagt. Alles ist verloren. Das dachte ich auch. Aber dann habe ich Goal gefunden. Was hattest du mit ihr vor? Kann man sie noch retten? Ach, du kennst das Mädchen? Sie fiel kurz nach dir vom Himmel. Ihr Gehirn war noch nicht ganz tot. Der Rest war ziemlich hinüber. Darum habe ich einen Klon angefertigt. Er hat lange genug überlebt, um einen kompletten Scan durchzuführen. Äh, hier! Damit lässt sich deine Freundin klonen. Ankur! Auch wenn ich nicht weiß, was das bringen soll. Eponia ist verloren. Lass das mal meine Sorge sein! Perfekt! Wir haben Goal-Scan. Ich habe die Datasette mit ihrem Körper-Scan. Das Spiel ist noch nicht vorbei! Jawohl! Dann mal auf... ...zurück... ...und Goal wiederholen.